So, hallihallo, mein lieb Freund. Ja, in der letzten Folge habt ihr ja gesehen, dass wir gezeichnet wurden. Der gute Jomboy hat gesagt, du musst deine Sünden beichten. Meine Leute holen dich. Können sehr gerne machen. Ich versuche das Beste, mich zu verstecken. Schnellreise funktioniert auch noch. Gut. Na, kommen sie schon? Ja. Da waren Drogen. Nein, 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 nein. Ich habe keinen gesehen. Wollt ihr mich verarschen? Boah, Alter. Geht's noch? Welcome. Ja, super. Sehr gemütlich. Da noch ein Unterbau-Bunker. Welcome. We love all of you. Ja, genau. Kacke. Meine Beichte sieht aus wie eine Kugel in seinem Kopf. Geht's noch nicht. Geht's noch nicht. Was hat der vor? Oh oh. Ehrlich. Schmerz und Schmerz und Schmerz. Und als ich dachte, ich halte es nicht länger aus, tat ich es. Und plötzlich brach etwas aus mir heraus. Ich hatte keine Angst, ich war... klar. Ich blickte zu ihnen auf und fing an zu lachen. Alles, was ich sagen konnte, war... Ja. Mein ganzes Leben suchte ich nach mehr Dingen, zu denen ich Ja sagen konnte. Ich blickte in jede Öffnung meines Körpers und als sie gefüllt waren, erschuf ich neue. Aber... Es war Joseph, der mir zeigte, wie selbstsüchtig ich war. Immer. Empfangend, immer nehmend. Das beste Geschenk erhält man nicht, sondern man gibt es. Geben erfordert Mut. Mut, Sünde zu gestehen, sie sich ins Fleisch zu rützen und ihre Last zu tragen. Und sie, wenn man gelitten, wahrlich zu büßen begonnen hat, sie herauszuschneiden wie ein Krebsgeschwür, sodass ein jeder sie sieht. Hm. Hm. Mein Gott, das nenne ich Mut. Ich werde dich Mut lehren. Ich lehre dich. Das Wort? Ja! Damit du dich deinen Schwächen und deinen Sünden stellen kannst. Du schwimmst durch ein Meer voller Schmerzen und danach bist du frei! Boah, Junge, spring von der Brücke. Also wer möchte zuerst? Hm? Wer von euch? Hm? Das ist Lektion Nummer eins. Jemand muss sich entscheiden! Hört auf, wir fangen mit dir an! Du wirst es nicht bereit. Doch. Bevor wir anfangen, glaube ich, es wäre angemessen, wenn Deputy Hudson zurück in ihr Zimmer geht. Eine Beichte ist etwas sehr Privates, oder nicht? Ich bin nicht hier, um dein Leben zu nehmen. Ich gebe es dir zurück. Ich werde dich öffnen und deine schlimmsten Ängste hineingießen. Und wenn du daran erstickst, würden sich deine Sünden offenbaren. Und erst dann wirst auch du die Macht des Ja verstehen. Nö. Kranker Bastard, du, ey. Ich bin gleich zurück. Boah, alter, ey. Äh. So, schnell, schnell, schnell. Mach der schon. Kann ich jetzt nicht einfach hinter ihn töten? Ich habe aber auch nichts. Außer meine Fäuste. Kann ich nicht wieder hoch? Ne. Ui. Interessante Musik. Ich kann mir hier auch nichts zu... Oh. Jawoll. Tolle Physik. Okay. Ich auch. Ich auch. noch irgendwo jemand. Oh mein Gott. Wie sie den Huldigen. You belong here. Nein, ich bleibe bei dem Rohr. Ein Weisboschleger. Das macht nie so gut, aber... dass du hier fast die nicht mehr durchmachen musst. Schöne? Ich bin gleich. Ich bin hier. Das ist alles. Das könnt ihr nicht mehr durchmachen. So ist das. Bald spielt das keine Rolle im... Ich bin verletzt! Hey! Zack! Er hat's uns erwischt! Alles was du sagen musstest... Ja! Nein! Ich werde nicht ja sagen. Ich werde nur ja sagen. Wenn du tot vor mir liegst, werde ich sagen ja. So muss das sein, du Sackgesicht! So, auf ein neues. An die Stange, fertig, los. Hey! Hey! Ach Leute! Aua, haben sie schön gemacht. Aber wir haben irgendwie wieder Glück gehabt, ne? Guten Tag! Nein! 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 Du schaffst es nie nachreden! Nein! Seine Sünden zuzugeben! Hier haben wir keine Pistole! Das ist doch schön wenn du kommst ... Hm, viele Patronen. Ich habe nur Munition gerade gesammelt. Toll, ich habe keine Stange mehr. Böser Junge, böse, böse, böse. Okay, hoffentlich können wir sie bereit machen. We love you. Es könnte schlimmer sein. Weißt du, hier musst du nur bei uns. Im Osten, ja. So. Faith hat sich ihre Angels verschaffen. Warum haben die alle Knachen? Und ich nicht. Hm? Was war das? Hm? Hm. Warum kriege ich keine Pistole? Ja, mach, was du willst. Gib mir nicht auf den Sack. Hm. Oh? Okay. Ich habe drei Granaten. Uh. Uh. Jetzt geht's von, Leute. Ich knöpfe ihn mir vor. Boah. Echt jetzt? Bleib liegen. Oh, shit. Na, endlich. So, Leute. Ja, warte, 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 warte. Ich bin gleich bei dir. Alles integrieren. Ich beeil mich ja schon. Ich kenne deine Sünde. Sie treibt dich an. Jeden Gedanken, jede Aktion. Sie nennt sich. Je Zorn. Also. Gestatt. Ich. Dir. Sei der Zorn. Lass ihn deinen Körper füllen und deine Seele verzehren. Denn am Ende bist du doch nur ein leerer Körper. Und ich werde genau hier warten. Oh. Wir beide warten. Oh. So. 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 Janos. So. 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 Y'all wir sehen, alle verGI cómo es ist. Aber ich glaube, wir müssen jetzt mal langsam flüchten. Ach du Schande. Der ist einfach nur krank. Du kannst hier nichts mehr tun, Deputy. Ich komm dich holen, wenn du bereit bist. Na, war das Apollege. Verlasse diesen Orden. Friss deinen Jähzorn in dich hinein. Denn wenn du das nicht tust, wenn du hier bleibst, lasse ich deine Prinzessin wie ein Schwein ausbluten. Oh. Kommen sie jetzt echt mit dem Hubschrauber? Aber wie krass ist das denn hier? Also muss ich jetzt den Schwanz einziehen und kommen aus dem Gebiet. Na, okay. Okay. Ich muss wirklich fliehen. Ist ja geil so meine Art. Ich würde da ein bisschen rein stimmen und den Kerl einfach nur umnähten. Ja. 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 Hm. Hm. Sind wir ja mal wieder entkommen. Ich übertrete die Grenze. Welche Grenze? Ah. Ich hab das Map Ende erreicht. Okay. Hier ist also seine Johns Gate Schnellreise. Hm. Gucken wir doch nochmal was der Sache ist. Ach Johnny. Wir müssen die Vergangenheit abwaschen. Wir müssen unsere Sünden bekennen. Wir müssen böse tun. Na fang mal an. Hm. Hm. Jetzt ist hier nix mehr los. Klopf klopf klopf. Tja. Na hier ist nix mehr los. Schade. Ich dachte ich könnte noch ein paar Päckis verhauen. Alles weg. Meine ganzen Waffen. Hm. Kriegen wir mal wieder. Wo soll ich denn hin? Geben. Geben wir erstmal noch vor als End. Wir rüsten uns wieder aus. Und ich tue mich jetzt ausrüsten. Bedanke mich schon mal recht herzlich, dass ihr wieder dabei seid. Schauen wir mal was ist in der nächsten Folge passiert. Ihr wisst ja. Abonniert. Aktiviert das Glöckchen, damit ihr keine weitere Folgen verpasst. Und in diesem Sinne würde ich sagen. Bis demnächst.